Ja, das ist Baustellmagazin. Ja, das sind heute mal die Videos direkt nach Oberlenningen. Und hier wird zur Zeit die Verbindung Straße zwischen Oberlenningen und Gutenberg saniert. Ja, da schauen wir jetzt mal, was sich hier in dem Bereich getan hat und tut. Was ich jetzt nicht filmen kann, war die Phase von A2-Sammelstetten ein bisschen nach Gutenberg nicht gespürzt. Da haben wir jetzt schon mal ein Aufstellschild. Ja, jetzt hier links. Da bringt das schon an. Da haben sie dann schon abgefräßt hier. Ja, und jetzt kommt hier rechts auch nochmal. Das ist eine richtige Engelstelle. Da passt einfach ein. Der Bus jetzt in der Größe gedrückt. Jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt ist. Das ist letztens schon schwierig. Ja, und dann geht es hier weiter. Ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt hier auch schon angefangen haben. Weil es ist wirklich englisch. Also wenn da BKW und NKW kommen, dann wird es nicht abgeräumt. Also wie gesagt, das haben sie hier alles abgefresst hier. Richtig hochgefresst, sag ich mal. Ja, da liegt jetzt hier wieder nach Hause. So, dann kommen wir jetzt hier an dem eigentlichen Schild vorbei. So, jetzt kommen wir hier an die Bushaltestellen vorbei. Da denke ich mal, dass sie vielleicht hier eine richtige Bushaltestelle machen mit Einbuchtung. Ja, und hier sitzen sie jetzt gerade schon die Randsteiner. Aber da fühle mich dann im Augen nochmal genauer drauf. Ja, dann kommen wir jetzt hier gleich in den nächsten Bereich. Ja, jetzt haben sie hier sogar noch halbseitig gemacht. Also das ist ja noch ganz klasse. Das heißt, wenn jetzt hier ein LKW kommt, der kann da gar nicht rumfahren. Der UPS-Bus, der kommt vielleicht gerade noch hier vorbei. Also gestern haben wir hier eine Situation gehabt. Da ist ein LKW gekommen und der war auch ziemlich eng. Und ich zeige es euch mal. Also hier geht es dann doch ein bisschen bergab hier. Ja, und hier vorne beginnt dann die eigentliche Baustelle. Aber das kommt dann morgen und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt schauen wir uns mal den Rest der Baustelle an. Ja, ich habe ja gestern schon ein Stück aufgenommen vom Buchthaus. Heute ist es ein bisschen bewegt, aber nicht so warm. Das ist perfekt. Ja, und hier haben wir die Heidestelle, ihr könnt es lesen, Abzweig Stadtstall. Da halten die Buslinien 176 und 177.1. Aber der untere ist nur ein Rad- und Wanderbus und fährt so gesehen nur vom Mai bis Oktober. Ja, und hier ist eine Heidestelle. Man sollte es nicht glauben, Leute. Da mussten die Busfahrer immer genau hier treffen. Ja, dass die Fahrgäste nicht gerade hier in der Wiese aussteigen müssen. Ja, jetzt sehe ich gerade hier Linien. Ich hoffe natürlich nicht, dass die jetzt für die neuen Steiner sind, für die Heidestelle. Ich hoffe, dass die da noch ein bisschen weiter reingehen. Dass sie also richtig, richtige Busbucht hinkommt. Man könnte sie ja auch eigentlich weiter hier her, weiter hier rüber verlegen. Weil da wäre ja eigentlich Platz genug, um eben hier eine Busbucht hinzumachen. Weil hier geht es ja schon wieder runter. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber nur so andeutungsweise, wie man jetzt hier sieht, natürlich ein bisschen blöd. Ja, und hier haben sie, wie gesagt, auch schon Fahrbahnbelag abgeschröst und natürlich liegen lassen. Das haben sie jetzt hier an mehreren Stellen schon gemacht, wie ich ja schon gezeigt habe, aus dem Bus raus. Warum sie das jetzt so gemacht haben, weiß ich nicht. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wenn einer von Backeshäuser zufällig zuschaut, kann er es mir ja mal erklären. So, dann gehen wir gleich rüber. So, dann kommt jetzt hier die Bushaltestelle in Richtung Oberlinien. Und wenn der nach Guttenberg, äh, nach Stadtstall abzweigen muss, dann geht der da vorne rein. Ja, und hier wird das alles behindertengerecht jetzt. Ich habe ja schon mal im Video erklärt, von der Guttenberger Steige, dass alle Bushaltestellen in Europa, weil das ist eine Anweisung von der EU, bis 2030 behindertengerecht sein müssen. Ja, und hier sehe ich gerade, haben die Bauarbeiter einen kleinen Sonnenschutz aufgebaut, dass sie sich ja mal ab und zu, wenn es so heiß ist, ja, ich kann gerade mit meinen Haaren in den Schatten flüchten können. Ja, dann müssen bis 2030, wie gesagt, alle Bushaltestellen behindertengerecht sein. Das heißt, die Randsteine hier, die werden vielleicht woanders eingebaut oder sogar entsorgt. Ja, ich laufe heute mit euch ja extra mal hier jetzt drüber hier. Dass ihr das mal alles seht hier, dass hier alles so ist. Ja, und natürlich kommt auch ein neuer Abfluss hin hier. Ja, ne, da vorne haben wir auch noch einen. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also hier kommt auch noch ein Abfluss hin. Also eine Dohle, so gesehen. die dann wahrscheinlich in den Randsteinen eingebaut werden oder extra verbaut wird. Aber ich glaube eher extra, sonst muss man die Randsteine flexen oder die Steine hier flexen von der schönen Heidestelle dann nachher. Ja, und so verlief dann die Heidestelle. Ja, und hier haben sie jetzt, wie gesagt, alles schon mal rausgenommen. Am Fräsgut. Ich gehe mal da jetzt ein Stück runter, dass man mal sieht, wie hoch das mal war. Noch ein bisschen weiter rausgehen hier. Also, so dick war mal die Fahrbahn hier. Und relativ geringer Unterbau. Also geringer Schotter, sozusagen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja doch. Also, das ist jetzt mal so 30, 40 cm Schotter. Äh, Zentimeter Schotter. Und dann kommt schon die, der Unterasphalt. Jetzt kombinatze ich nicht auf den Namen. Und dann kommt die Asphaltdecke. Und die Asphaltdecke selber, hat ungefähr, äh, 10 cm, 15 cm. Das seht ihr hier an dem weißen. So. Jetzt gehen wir mal wieder raus hier. So. Ja, und hier haben sie dann auch schon die Stäbe eingesetzt. Beziehungsweise, das ist der erste hier. Wo dann wahrscheinlich die Steine für die Heideställe hier eingebaut werden. Die werden logischerweise weiter nach hinten gesetzt. Das heißt, die haben hier von der Wiese noch ein bisschen was weggenommen. Um die dann hier einbauen zu können. Das heißt, die Heideställe geht dann noch ein bisschen weiter rein hier. Ja. Und dann schauen wir uns das Ganze mal da vorne aus an, wo jetzt der Bagger noch arbeitet. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt heute im abgesperrten Bereich nicht arbeiten. Ansonsten gucke ich halt, dass wir aus der See mal durchschauen dürfen. Zum Video machen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich ein Stückchen weiter. Also, jetzt sind wir hier, wo der Bagger praktisch ausheben tut. Ja, und hier sieht man, dass es weiter reingehen. Also hier ist normalerweise, oder hier ist der Verlauf vom Kanal. Ich glaube, den erneuern sie auch gleich mit. Weil sonst hätten sie ihn jetzt nicht freigelegt. Ja, weiter vorne. Da sind sie schon wieder am Verfüllen. Das heißt, da wird schon der Schotter eingebracht, um dann das Ganze wieder zuzumachen. Und wie gesagt, ich denke mal, hier werden sie den Kanal auch noch erneuern. Also für die Dohle hier, weil da steht etwas 1 plus 657.89 Rinnen anfangen oder Rinnen anfangen. Ja, und das heißt wahrscheinlich, dass sie hier anfangen mit der Rinnen zu erneuern, weil hier gibt es dann anscheinend keine mehr. Weil hier ist ja dann gleich Ende hier. Weil hier vorne kommt ja der Abzweig nach Grabenstetten. Ja, und dann gehen wir mal auf die andere Seite hier. Ja, und hier ist eigentlich abgesperrt. Warum sage ich eigentlich, weil ich gerade hier eine Reihe von Fahrzeugen durchgefahren sind. Und dann noch ein Transporter von der Firma DBB, also Deutscher Paketdienst. Ja, und die dürfen wir einfach durchfahren. Ja gut, dann würde ich natürlich hier auch mal durchfahren. Aber vorab fange ich hier mal geschwind an. Und dann würde ich sagen, laufen wir mal geschwind hier rein. Und schauen wir mal, was auf dem Zettel hier steht. Und vor allen Dingen haben sie ja hier schon Eisen hingemacht, um anzuzeigen, wo dann hier der Randstein hinkommt. Also der kommt hier ein bisschen weiter außen hin. Ja, ich hoffe mal, dass sie hier auch eine Leitplanke hin machen, weil hier ist ein bisschen abschüssig, wenn man jetzt mal hier den Weidezaun so sieht. Dann sieht man, dass der Weidezaun wesentlich tiefer ist, als hier der Schotter. Und da kann man dann hoffen, dass die hier ein wenig oder eine Leitplanke hin machen. Ja, und hier steht dann, da kommen dann auch wieder die Zahlen. Ja, und dann steht hier Rinne Ende. Ja, und dann geht es hier so praktisch so weiter. Und das Ganze wird hier praktisch erneuert. Also alte Fahrbahn praktisch raus hier, neue rein. Ja. Und das von Oberlenningen bis nach Gutenberg. Also da haben sie Arbeit und laut dem Schild weiter vorne vor der Busseitestelle stand vom 28.07. Da muss ich natürlich sagen, da stand vorher 1.08. Haben sie dann jetzt überklebt. Ja, und dann bis 11. September. Also da bin ich dann auch mal gespannt, ob sie das überhaupt schaffen. Ja, und dann würde ich sagen, ich fahr mal hier ein Stück weiter durch. Weil wenn andere durchfahren, kann ich auch durchfahren. Weil ich habe gedacht, sie arbeiten heute nicht. Aber jetzt arbeiten sie doch anscheinend. Aber wahrscheinlich nicht hier in dem Bereich. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da vorne haben sie da auch schon angefangen. Also da stecken dann praktisch auch schon die Eisen drin. Also ich denke mal, dass vielleicht die Straße sogar noch ein bisschen breiter gemacht wird. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil das ist ja eine bunte Straße hier. und eine Fahrbahnbreite von, ich weiß gar nicht, wieviel die jetzt hat. Aber das kann ich ja geschint abbessen, weil hier ist ja noch die Linie. So. Eins, zwei, drei Meter hat die. Also denke ich mal, dass sie die ein bisschen breiter machen. Weil der neue Serion, wo der Ansgar gefahren ist von Mplay. Also den grüße ich dann auch mal auf diesem Wege. Ähm, der hat den Serion, oder den Vorgänger vom neuen Serion gefahren. Und der hat eine Breite von knapp drei Metern. Also wäre das ein bisschen arg knapp. Weil der neue hat, glaube ich, knapp über drei Meter. Also muss man da langsam mal anfangen, die Fahrbahn hier ein bisschen breiter zu machen. Ja, und hier kommt eine Dohle rein. Schätze ich mal. Oder ist das nur für die Dohlen, dass man weiß, wo der Kanal dafür gelegt wird. Lassen wir uns überraschen. Aber ein bisschen breiter wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, und dann schauen wir mal in die Richtung hier vor. Also, da vorne das nächste. Ja, und hier geht es natürlich auch immer so weiter. Hier haben sie was abgedeckt hier. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich den Roller ein bisschen wegstelle. Also, bis gleich. Ja, bei meiner letzten Aufnahme bis jetzt hierher hat sich mal nichts mehr getan zwischendurch. Ja, und jetzt haben sie hier wieder angefangen. Und ich glaube, da ist mit euch einfach mal ein Stück nach da vorne. Ja, mich hat gerade ein Radfahrer gefragt. Mit seinem Rennrad ist er da angekommen. Ob man hier durchfahren kann. Dann habe ich gesagt, ja, aber normalerweise ist das ja verboten. Ja. Dann hat er gesagt, er geht auf den Feldweg. Aber jetzt ist er doch weiter geradeaus gefahren. Aber, naja. Gut. Kann jeder machen, wie er möchte. Ja, sind ja alle alt genug. Ja, und bei mir sagen die meisten schon gar nichts mehr. So, hier hat man den Asphalt übrigens zwischengelagert. Der muss ja speziell entsorgt werden. Ich glaube, wenn nicht alles durch beim Asphaltwerk. Ja, und heute gibt es noch einiges zum Füllen. Also, äh, es gibt auch noch die Techbahn übrigens heute. Techbahn 21. Für alle, die sich jetzt fragen, warum Techbahn 21. Ganz einfach, weil das sollte eigentlich letztes Jahr gemacht werden. Aber da hat die Bundesbahn eine andere Baustelle vorgezogen. Jetzt machen sie es dieses Jahr und auch das soll innerhalb der sechs Wochen hier erledigt sein. Schauen wir mal, ob das alles so eintrifft. Ich habe ja schon gesagt, hier die Straße wird wahrscheinlich nicht fertig bis 11. September. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ja, und hier kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich denke mal, dass hier auch wieder ein Kanal gemacht wird. Für die Dohlen, wo da reinkommen. Und ich denke mal, dass wir jetzt da nichts gemacht haben wegen dem Mais. Ja, und der Mais ist von meiner Ansicht nach auch zu früh dran. Also wer Landwirt ist, darf mir das gerne mal sagen, ob das so ist oder nicht. Weil normalerweise, ich glaube, kommt der Ende August, Anfang September, glaube ich. Aber ich kann mich auch täuschen. Also, der ist definitiv auch zu früh dran. Ja, zeige ich euch mal hier ein bisschen die Landschaft hier. Das sind übrigens die sogenannten Streuobstwiesen, die es eigentlich nur hier, glaube ich, nur in Baden-Württemberg gibt, die auch geschützt sind. Und auf den Streuobstwiesen, da dürfen eigentlich nichts anderes stehen, außer Bäume. Und vielleicht noch eine Hütte zum Werkzeug unterstellen. Da gab es jetzt den letzten Mal eine Gerichtsverhandlung drüber, weil das Land Baden-Württemberg gesagt hat, hier das Gartenhäuschen und Schaukeln und so weiter müssen weg, weil es dazu nicht hingehört. Ich finde, man sollte es den Leuten überlassen, was sie hier aufbauen und nicht. Weil wenn man jetzt hier eine Schaukel aufbaut, zwischen den Bäumen hier, finde ich das genial, weil da kann sowieso kein Bulldog durchfahren. Dann kann man den Kindern die Möglichkeit geben, etwas darüber zu lernen und den Bezug zu Lebensmitteln besser zu erklären. Dass sie auch einen anderen Bezug haben zu Lebensmitteln. So, hier gibt es noch ein paar Kartoffeln. Ja, also das wollte ich mal noch mit einbringen hier, weil das ja echt schade ist, wenn man jetzt hier das einfach so sagt. Nein, das darf nur das dastehen, was dastehen sollte. Weil mit den Kindern oder Enkelkindern mal ein bisschen den Tag hier in der Natur zu verbringen, hier zu grillen und so weiter, ist doch schön. Sonst kann man eigentlich nur grillen, da wo es erlaubt ist oder im Garten. Lasst doch die Leute einfach das machen, was sie Bock haben und misst euch doch nicht immer ein. Warum muss man immer auf Gesetze verharren, wenn es hier wirklich so super, eine super Gegend ist. Wenn man auch Kinder das mal zeigen kann und dazu bringen kann, dass sie auch mal hier sind. Ja, das ist doch herrlich. Also ich war jetzt, ja, Mitte Juli war ich in Köln und da bin ich auch ein bisschen übers Land gelaufen, zu meinem, also sonntags, zu meinem nächsten Dreh mit Markus Wüberfürth, den ich jetzt hier mal auch auf diesem Wege grüße. Da bin ich auch über Land gelaufen und habe da eigentlich nur Felder gesehen. Felder, 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 nirgends mal ein paar Bäume oder so. Ja, und dann ist es doch schön, wenn man hier mal ein paar Bäume hat, die da stehen. Ja, kommt der nächste jetzt. Tauber Bischofshalmer Nummernschild. Ja, so ist es halt, wenn es vorne offen ist, fahren sie alle durch. Offenburger, ist der Wahnsinn. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich losgelaufen bin und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich praktisch kurz vor Gutenberg. Ja, und hier schon wieder Ende von dem Abschnitt hier. Ja, wenn mir einer sagen kann, für was die Zahlen sind. Ich kämpfe gerade übrigens mit meinen Haaren. Ich bin einfach zu lang. Aber ich möchte jetzt nicht immer einen Haargummi reinmachen. Ich möchte dann gleich wieder den Helm aufziehen. Ähm, da wäre ich euch sehr dankbar. Aber ich denke mal, für die Rinde sind diese Stäbe nicht. Ich denke mal, dass da der Randstein hinkommt, dass sie die einen halben Meter breiter machen, die Fahrbahn. Also, dann laufen wir hier einfach mal das Ganze hier ab, hier. Ja, hier ist ein Zettel, wo Puccicato ist, sag ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und hier liegen überall schon die neue Abwasserrohre, sag ich mal. Also, ich denke mal, dass das jetzt hier die Vorarbeiten sind. Und dass dann demnächst hier die komplette Straßen, das komplette Straßenbelag, sag ich mal, verschwindet. Dass sie jetzt hier einfach anfangen, mit Kanälen zu legen. Und ich denke mal, zwischen Abzweig Grabenstetten und Gutenberg machen sie das jetzt auch schon. Dass das schon mal fertig ist, dass sie dann mehr Zeit, also nicht so viel Zeit brauchen. Weil die machen das anscheinend jetzt hier in zwei Abschnitten. Also, von Oberlenningen bis zum Abzweig Grabenstetten, der Bereich, wo ich jetzt hier laufe, wo abgesperrt ist. Und dann von Abzweig Grabenstetten nach Gutenberg, der zweite Abschnitt. Ja, und jetzt kommt's, Leute, dann ist praktisch der Ort Schlattstall vom Nahverkehr abgetrennt. Das heißt, die Leute müssen dann alle nach Gutenberg laufen. Ist zwar schade, aber geht nicht anders, weil ich habe mir mal die Brücke angeschaut. Wo angeblich der Bus drüber fahren soll. Aber die nehme ich nachher auch noch auf zum Schluss. Wenn ich praktisch alles fertig bin und wieder zurückfahre, also auch mit der Deckbahn fertig bin, wird das letzte Video von dieser Brücke sein. Und dann werden wir sehen, was da noch kommt. Also, auf jeden Fall bis hierher ist das schon mal alles gelegt. Ja, und ihr seht schon an den Häusern hier, ich bin hier jetzt kurz vor Gutenberg. Da vorne fahren die Autos wieder vom Feld weg auf die Straße. Was normal nicht erlaubt ist, aber gut. Ja, und hier haben sie schon einen Schacht eingebaut. Also, komplett neu. War hier eigentlich noch nie auf der Straße. Ein Schacht. Ja, und hier sind die Ringe dazu. Also für die anderen Schächte noch, wo da hinkommen. Ja, und hier ist überall abgesperrt. Ja, und da vorne geht es übrigens auch weiter. Aber das ist jetzt ein längeres Stück. Und das zeige ich euch jetzt mal bloß von hier aus. Und dann halte ich einfach am Ende nochmal drauf und laufe da noch ein paar Meter. Also, weil ich ja überall eigentlich praktisch gerade das Gleiche die Rinnen gemacht. Also, weil ich die Abwasserrohre gelegt, so wie sie es jetzt hier gemacht haben. Die legen sie anscheinend jetzt nicht ganz durchgängig. Weil hier ist ja auch so ein, sag ich mal, so ein Ablauf für Regenwasser. Dass das Regenwasser hier weiterläuft und nicht hier in den Weg hier reinläuft. Und da steht halt drinnen Anfang. Warum man das jetzt nicht ganz durchgängig macht, ist mir auch nicht klar. Vielleicht geht man ja noch ein bisschen her. Muss man uns mal überraschen lassen. Aber ich könnte ja mit euch mal geschehen hier. Übrigens, hier hat es so tiefe Spurrillen drin. Dass es jetzt echt höchste Eisenbahn geworden ist. Ja, dann kann ich euch jetzt noch was zeigen, was wirklich Geldverschwendung ist. Ja, ihr habt es richtig gehört. Geldverschwendung, ihr seht schon jetzt im Bild. Das zeige ich euch jetzt hier einfach mal, was ich meine. Weil, da würdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, dass es einfach Geldverschwendung ist. Man hat jetzt hier an der Seite neu asphaltiert, weil es so aussah wie hier jetzt rüssig und ein bisschen abgebrochen war. Also noch schlimmer als hier. Obwohl man gewusst hat, dass dieses Jahr die Straße neu gemacht wird. Ja, hat man das jetzt hier gemacht. Und jetzt kommt es. Beim ersten Mal hat man das so gemacht, dass es absolut wellig war. Das war absolut, also ging gar nicht. Ich bin mit dem Auto, Bus oder so drüber gefahren. Hat gescheppert ohne Ende. Mit zwei Rad kannst du überhaupt nicht drüber fahren. Dann haben sie es wieder rausgerissen und haben es wieder neu gemacht. Ja, deswegen sage ich absolute Geldverschwendung. Wenn man weiß, dass die Straße sowieso nächstes Jahr neu gemacht wird, dann lasse ich das doch einfach so. Weil jetzt so vom Jahr hin oder her kommt es ja auch nicht drauf an. Also das finde ich absolut Geldverschwendung. Hätte nicht sein müssen, aber gut, so ist es halt. Ja, und hier gibt es dann einen Graben, den zeige ich euch gleich auf dem Rückweg. Und so, also da kommt der nächste Schacht. Und da schauen wir doch mal glatt rein hier. Also, ist gar nicht so aktiv. Ich habe gedacht, es wird tiefer hier. Also, und das geht hier alles so weit, so weiter nach vorne hier. Und hier steht dann Rinne Ende. Das heißt, hier wird nicht mal weiter gebaut. Schade finde, weil hätte man hier auch weitermachen können, dass hier das Wasser nicht mehr steht. Aber vielleicht tut man hier ein bisschen rein, asphaltieren, dass hier das zumindest zu ist hier. Weil hier wirklich immer das Regenwasser steht. Ja, und hier sind Kürbisse angepflanzt worden. Ja, und hier ist der Graben. Also, ich denke mal, den lässt man hier für das Regenwasser hier. So, und dann gibt es hier eine Einfahrt zu dem Feld hier. Ja, und da sieht man schon die... Die ersten Kürbisse dranhängen hier. Aber bitte dran lassen. Das gehört den Leuten, die das hier angepflanzt haben. Lieber erst fragen. Und dann ein bisschen was bezahlen. Dann abmachen, ist okay. Aber bitte nicht klauen. So, das wollte ich dann auch mal kurz noch erwähnen. Ja, und hier ist dann der Graben hier. Die natürliche Regenrinne sage ich immer dazu. Ja, und die endet dann hier. Und geht dann über in den Kanal. Und dann kann man hier... Ja, da habe ich drauf. Also hier den Ablauf, also das Abwasserrohr dafür sehen, sage ich mal. Und das liegt dann praktisch so schräg rüber hier. Ja, und hier ist dann wieder ganz normal. Ja, und dann sind wir schon wieder hier. Und da würde ich sagen, dann melde ich mich gleich wieder kurz vor dem Ortseingang. Und da würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt sind wir hier in Gutenberg angekommen. Das sieht man hier an der Straße. Hier ist die erste Einmündung vom Ort Oberlenningen. Ja, und hier sind wir noch ein paar Oberteile für die Dohlen. Ja, und hier haben sie schon einen eingebaut. Ja, und ich denke mal, wie gesagt, entweder machen sie eine kleine Mauer hin oder sie machen den Randschein ein bisschen weiter nach hinten. Das muss man sehen. Ja, da haben wir den Stab. Ja, und es geht dann hier so weiter bis hier vor. Also bis nach der Kurve, wo ich dann vorgestanden bin und gefilmt habe. Ja, und wie gesagt, hier sind überall die Rohre schon drin. Ja, und somit bin ich mit dem ersten Video, Leute, schon am Ende. Das heißt, praktisch von Gutenberg bis hier nach Oberlenningen alles durchgemacht. Ja, schauen wir mal, wie es in zwei Wochen aussieht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Wer zum ersten Mal auf meinen Kanal gestoßen ist, schaut mal hier unter dem Video. Da gibt es so einen Abonnier-Button. Wenn man den anklickt, hat man meinen Kanal kostenlos abonniert. Hier rechts drüben, da gibt es ein kleines Glücklein. Wenn man das anklickt und auf alle geht, dann bekommt man jederzeit Nachricht, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja, und wenn ihr auch so eine Baustelle habt, bei euch im Ort, wo die Straße neu gemacht wird oder sonst irgendwas. Ja, dann dürft ihr mir gern das Material schicken, in Bild- oder Videoform. Das ist völlig egal, schaut mal hier unter dem Video, in der Videobeschreibung. Da gibt es so eine E-Mail-Adresse von HemmesAlpTV. Ja, da dürft ihr es mir gerne hinschicken. Ja, und wenn ihr meinem Kanal helfen wollt, mit einer kleinen Spende für weitere Ausrüstungsgegenstände für den Kanal, Mikro und was weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier ein Kabelmikro, aber manchmal wäre es besser, wenn man ein kabelloses Mikro hätte. Also wer mich da gerne unterstützen möchte, auch in der Videobeschreibung. Und wer sagt, okay, der Mann macht so gute Videos und gibt es sich immer so viel Mühe und ist stundenlang unterwegs, dafür gibt es extra ein Cappuccino-Kästchen. Also wer sagt, ich habe mir ein Cappuccino oder ähnliches verdient, darf da auch gerne was hinüberweisen, kein Problem. Ich sage ja auch recht herzliches Dankeschön dafür. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wie immer, bitte bleibt mir gewogen. Und was ganz wichtig ist, Leute, bitte bleibt oder werdet gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder und zwar mit dem Titel Techbahn 21. Und dann würde ich sagen, von der Verbindungsstraße zwischen Oberlenningen und Guttenberg sage ich für heute mal Ciao. Schauen wir mal, wie es in 14 Tagen aussieht, am Mikro und an der Kamera, weil wie immer euer Hemme und der sagt Ciao, bis zum nächsten Mal.